und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer kleinen neuen folge von city skyline 2 hatten in der letzten folge hier die ja die straßen und so weiter gebaut im mittel das viertel abgequeted wir haben hier noch sehr viel platz in der mitte wir könnten hier noch mal eine straße einbauen so eine kleine mini straße und zwar es gibt ja hier diese gassen und ich glaube das wäre hier gar nicht so schlecht wenn wir hier noch eine gasse einfügen würden und dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen platz und gar hinter gassenhaus wohnblöcke und da haben wir hier die ich sag mal kleinen mehrfamilienhäuser und die können wir da auf jeden fall reintun was wir nicht machen sollten wäre diese hier weil die großen wohngebäude mit kleinen leistbaren wohnungen niedrigen mieten führen zu geringen steuernnahmen aber die beschweren sich dann dass kleine häuser in der nähe sind hier zum beispiel ein ganz gutes beispiel ja wobei hier ne hä oder habe ich die abgerissen was wir noch brauchen ist hier eigentlich eine straße weil sonst kommen die nur über diese straße rüber oder wir machen hier eine breite straße draus wir haben hier noch ein bisschen platz werft vielleicht gar nicht so dumm dass man hier also ein bisschen breite straßen macht denn ich habe ja hier eine kurz gucken in der breite straße aber die hört hier auf und wir könnten natürlich diese straße hier breiter machen nach rechts quasi glaube das macht sinn einfach dann hier er geht und die straße hier breiter macht ja und dann ja was machen wir denn da ich würde sagen und so so dann haben wir nämlich die straße einmal und können die auch hier lang führen da hier ja auch gerade nicht wirklich was entsteht kann man das hier einmal wenn es so machen und dann machen wir das hier in die richtung dann haben wir zumindest mal weite straßen und können das hier auch besser verkehrstechnisch abbilden ja ja so das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier kleine häuser minus 22 ich glaube das ist ein thema da müssen wir uns glaube ich später widmen ja so dann haben wir hier und hier würde ich sagen und hier würde ich sagen es passt ach so ach so dann würde ich dann würde ich hier so rum machen und doch nochmal die straße auspacken und hier können wir doch so machen ja und sieht jetzt wieder synchron aus so was wir machen könnten ist auf jeden fall wir brauchen ja eigentlich mehr mehr leute dass wir hier noch ein bisschen ähm ich sag mal ist das für ein symbol ne achso ach ja das ist das rockmusiker ne die villa ähm ähm ne so cool straße ist die villa dann kommt hier das äh die mittelschule hin oder die grundschule hin sehen wir mal wie man sieht dann sehen wir mal wie man sieht so machen wir mal so nachfrage dann würde ich hier mal die straße weiterführen und hier anbügeln volencia ja ich ne 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 So. Da kann man ja die Grundschule tatsächlich da hinbauen. Äh, die Mittelschule. Da würde ich dann hier die kleinen Gebäude hinsetzen. Und wir haben noch ein bisschen Industrie zu machen. Und wir können neue Karren kaufen. Ich würde sagen, ich kaufe mal die. Und i. Fast. So. 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 Okay. 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 Und dann noch schön was bauen. Das sieht eigentlich ganz nice aus, muss ich sagen. Was wir machen können tatsächlich, einmal die recht auf zweispurig machen und dann die abgehen machen. Das heißt hier... Oh... Okay. 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 Jetzt brauchen wir wieder ein paar Wohnhäuser. Hier ist ein Vorort. Okay. 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 kann man ja hinstellen direkt mal bauen dann haben wir zumindest das und wir haben die möglichkeit hier noch eine umgehungsstraße zu bauen und dann überlegen wir uns nämlich wie wir jetzt weitermachen quasi hier mal direkt große straßen bauen habe ich hier große nein habe ich nicht warum habe ich das nicht weil keine ahnung gut dann bauen wir mal hier die großen hin ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And on to our main feature store. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate or so my wife does. That's good for business, that's good for business and good for the community. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, im Prinzip sind wir echt gut dabei. Viele glückliche Menschen. Den Spielplatz könnte man sogar dahin noch bauen. Dann haben wir hier noch einen Flügel. Und jetzt machen wir noch 5600 Minus. Wir müssen langsam mal Plus machen. Wie kriegen wir das hin? Ja, ich würde sagen, indem wir einfach mehr bauen, aber ich glaube, ich bauen eine neue Siedlung. Vielleicht machen wir hier hinten einfach eine neue Siedlung. Das wäre ganz cool. Und zwar so. Und so. Und so. Mal ein bisschen unpragmatisch. Einfach mal ein bisschen unpragmatisch. So. Und dann machen wir hier... Und machen hier einfach mal ein paar Siedlungsgebäude hin. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen... Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Bus. Ich würde sagen, der Bus ist wichtig. Wir können das ja hier hin bauen. Dann machen wir hier einfach eine Straße. So. Halt. So. Dann gehen wir mal hier ab. Dann bauen wir hier ein oder andere Gebäude noch hin. Wir haben jetzt hier nochmal ein Krematorium. Das wäre ganz cool. Wir haben hier noch eine Feuerwehr. Die wäre nicht schlecht. Da oben ist die eine. Da ist die andere. Dann würde ich sagen, hier und rein hin. Wir haben eine Polizei. Eine zweite wäre hier hinten nicht schlecht. Und jetzt bauen wir das Busdepot. Bus, Bus, Bus. So. Das bedeutet... dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Bushaltestellen. Okay, also, ich glaube, dass sie vor allem ins Industriegebiet wollen und hier in das Industriegebiet wollen und wir machen jetzt zwei Linien. Das heißt, wir fangen an mit der Schule und der Stadtverteilung und dann von den Außenbezirken darüber. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das heißt, ich fange erstmal hier an, mache da, mache dort und bin auf dem Hauptstraßen lang. Dann gehen wir hier rüber und fahren hier wieder zurück. Dann haben wir das einmal und auf der anderen Seite, wir wollen ja einmal hier rüber. Das heißt, wir machen jetzt einfach gegenüber, einmal so. Und wollen einmal zum A. Wenn wir das so machen. Dann sehen wir hier. Dann sehen wir hier. Und wir wollen natürlich auch da hin. Wir sollten gleich mal gucken, wie wir es am besten machen. Ich baue einfach mal ein paar mehr Buslinien. So. Dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir machen einen inneren. Das heißt, einmal von da nach da nach da nach da nach da dorthin dahin. Dorthin. Dahin. Dahin. Dorthin. Da. Und dann da. Genau. Okay. Das ist die Buslinie 1. Cities Outlaw. Wir machen hier die Linie gelb. So. Dann machen wir eine zweite Linie. Ich würde sagen, eine, die so. Also. Wenn da nach da geht. Dann. Mh. 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 autres. dann haben wir noch eine die von hier geht nach da nach dort dann endet sie mehr oder weniger ja dann kann man noch einen bushaltestelle in der anderen richtung machen dort und dann kommen wir mal gucken dort gut noch mal da 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 und da da haben wir noch ein paar buße dann nehmen wir jetzt in jeden fall so gut das wird natürlich ein bisschen minus machen aber wir werden damit ein wenig den verkehr schach halten und dann können wir noch eine straßenbahn machen tatsächlich hier in innen stadt umfährt aber das machen wir später so weit kommen wir jetzt machen damit sie in die straßen war würde ich sagen freischalten dann würde ich noch mal eine straßenbahn depot bauen das könnte man ja hierhin stellen oder und ist einstellen oder dahin ob hier ist gut platz ach so ja lecki leck gut die straßenbahn machen wir in der nächsten folge wir sehen uns dann aus rein up rein 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 rein